Huhu Leute, ich bin Flascher, willkommen zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Wir sind nicht mehr auf Mykonos, sondern auf der Nebeninsel Delos und müssen hier einige Quests machen. Sogar auch für Sokrates, für den müssen wir einen Rebellen befreien oder ob das wirklich für ihn ist, keine Ahnung, so richtig verstehe ich die Quests von dem immer nicht. Aber dafür müssen wir hier in dieses Gebiet rein und das werden wir jetzt mal machen. Und jetzt müssen wir hier, ich weiß gar nicht, wie wir das am besten machen, hier ist echt wenig zum Verstecken. Ich weiß nicht, wie wir das am besten machen. Es wäre natürlich gut, wenn es Nacht wäre, weil das würde bedeuten, dass die Gegner nur eine total geringe Sichtweite haben und wir die easy ermäucheln können. Und ja, hier ist halt die Gefahr, dass uns auch immer irgendwer sieht, also auch von Zivilisten einer sieht. Okay, machen wir mal weiter. Oh, das hat jetzt... Ja, genau, weil der Gefangene, der Gefangene zählte jetzt als Zivilist, der gesehen hat, dass wir jemanden getötet haben und deswegen haben wir jetzt Mordkopfgeld gekriegt. So ein Scheiß, also, da könnte das Spiel ruhig mal ein bisschen besser drauf achten, auf sowas, dass sowas nicht passieren kann. So ein Quatsch. Schleich an sich. Und den da können wir eigentlich, denke ich, stehen lassen. Das müssen wir hier machen, zwei Schätze plündern. Okay, das machen wir. Obwohl, nee, vielleicht müssen wir den eskortieren, da sollten wir schon alle Wachen töten. Ich weiß auch, jetzt steht uns Diebstahl, oder? Nee. Doch, es zählt als Diebstahl, weil dieser Typ da ist. Äh, so ein Quatsch aber auch. So ein Quatsch. Hä? Wo ist denn der Schatz? Da hinten. Gehen wir hier irgendwie rüber? Ja, okay, gut. Hallo, runter. Sogar eine richtig große Schatztruhe. Okay. Ah, hier ist sogar noch ein Schatz. Tatsache. Okay. Das habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet, aber gut. Sollen wir es wenigstens abgeschlossen? Wir müssen den noch irgendwie, den noch irgendwie rauslocken. Aber wie? Das werden definitiv alle sehen. Ach, egal. Egal. Wird schon kein Kopfgeld... Hat niemand gesehen. Klar, das hat jetzt absolut niemand gesehen. Ich glaube, es dem Spiel... Hat kein Kopfgeld gegeben und denkst, nö. Alles klar. Das ist ja mal wieder... Pass auf, wenn ich jetzt hier stehe... Ja, okay, gut. Der guckt mit dem Rücken zu uns. Das wäre es jetzt wieder gewesen. Ach, na gut. Okay. Auf geht's. Wird gefangen im Befreien. Wir müssen mal hier raus. Das denke ich, oder? Das Skulptur geben. Asiensicherheit. Okay, dann machen wir das mal. Es werden mehr kommen. Schnell, folge mir. Ich hab's gesehen. Du hast mit Freude Blut auf heiligem Boden vergossen. Genau wie ich. Ich bin nicht wie du. Jetzt sei still und folge mir, bevor du uns ins Grab bringst. Tot den Unterdrückern und allen anderen, die es auf unsere Inseln abgesehen haben. Die Delia sind frei. Was ist ein Idiot? Noch mehr Delia sterben, wenn du nicht schweißt. Schweigen brachte uns hierher. Ich schreie, bis meine Lunge blutet und alle Soldaten tot sind. Malaka! Oh, guckt mal. Ist das hier... Ist das hier... Äh... Wie heißt sie nochmal? Cleo oder so? Die sieht aus wie Cleo. Ist aber vielleicht auch einfach nur das gleiche Spielermodel. Können wir jetzt hier noch mit dem reden. Warum hat der so ein Ding über dem Kopf? Du hast ein sehr großes Mundwerk. Du hättest uns beide ins Grab bringen können. Dann würde unser Opfer die Herzen der Rebellen anstacheln. Sie würden jeden nicht Delia ins Meer werfen, damit Poseidon sie verschlingt und wieder auswirkt. Du weißt schon, dass ich nicht von Delos komme. Ebenso wie die Spartaner, die für die Rebellion kämpften und starben. Die Athener wollen unsere Inseln wegen unseres Reichtums. Die Spartaner wollen die Inseln für Sparta. Das lasse ich nicht zu. Wir brauchen sie nicht. Die Delia sollten über Delos herrschen. Nun, wenn du entschuldigst, ich gehe direkt zu Kira. Die Rebellen müssen aus ihren Höhlen kommen. Es ist Zeit für den Angriff. Geh und komm nicht wieder. Jeder Soldat auf Delos wird nach dir suchen. Sollen sie doch. Einen habe ich schon ins Grab geschickt. Ich lasse gerne noch andere folgen. Okay, wir hätten den jetzt auch umbringen können. Ich frage mich, was das noch für Auswirkungen auf den Rest des Spiels hat, dass wir den jetzt leben gelassen haben. Oder was es für Auswirkungen hätte, wenn wir den umgebracht hätten. Weil das ist ja eigentlich was komplett Optionales. Das Quest hatte nicht erfordert, dass wir nochmal zu ihm hingehen und mit ihm reden. Wir hätten den noch einfach so gehen lassen können. Wir hätten nicht nochmal mit ihm reden müssen. Aber da wir uns jetzt entschieden haben, das zu tun, könnte es natürlich sein, dass es noch irgendeine Auswirkung hat. Aber später werden wir es mit Sicherheit rausfinden. Beziehungsweise, wenn nichts passiert, werden wir uns nicht mehr daran erinnern. Wenn man nicht wissen kann, was Recht ist und daher etwas Falsches tut, dann handelt man aus Unwissenheit, nicht aus Boshaftigkeit. Willst du sagen, wir müssen jeder Person auf der Insel die Gesetze erklären? Aber wenn ein Gesetz wirklich gerecht ist, müsste es sich dann nicht allein durch Nachdenken erschließen? Okay. Ja, also, wenn wir es nicht rauskriegen und irgendwann einfach vergessen, dann wissen wir so gesehen auch, dass es keinen Einfluss hatte. Aber wir werden uns vermutlich nicht daran erinnern. Ah, Cassandra, dich auf Delos zu sehen beruhigt mein Herz. Sag mir, wie war deine Begegnung mit dem rebellischen Gefangenen? Du hast mir nicht gesagt, dass er ein extremistischer Spinner ist. Ah, doch wer bin ich, um zu entscheiden, was zu extrem oder zu verrückt ist? Sind wir beides nicht auch hin und wieder? Er würde dich und deine Philosophie ins Meer werfen. Haha, vielleicht, wenn ich leichter wäre, sowohl an Gewicht als auch an Verstand. Also, sag mir, konntest du die Situation ohne Blutvergießen auflösen? Der Rebell hatte Wachen. Ich habe sie freigestellt. Hm, interessant. Du hieltest das Leben eines Diebes und Mörders für wertvoller als das von Soldaten, die ihre Pflicht tun. Ich habe überhaupt nicht an ihn gedacht, um ehrlich zu sein. Und was ist mit dem Rebellen? Er ist längst auf dem Weg nach Mykonos, wenn er weiß, was gut für ihn ist. Unsere Entscheidungen sind wie Kreise auf dem Wasser. Am Anfang wirken sie klein und unbedeutend, doch sie können zu verheerenden Flutwellen werden, wenn sie erst ihren Lauf nehmen. Ein Vergnügen, Sokrates. Ich kann mich immer darauf verlassen, dass du mir verheerende Kopfschmerzen bereitest. Haha, das Vergnügen ist ganz meinerseits. Ich hoffe, wir treffen uns mal wieder auf einem Symposium. Ich würde nicht drauf wetten. Okay. Der Sokrates ist irgendwie ein kleines bisschen komisch, finde ich. Der hört, dass wir einfach ohne Ende Leute abmördern und den stört das eigentlich gar nicht so wirklich. Der stellt sich nur immer wieder irgendwelche blöden Fragen darüber. Aber wirklich schlimm findet ihr das nicht, was bei Alkibir das. Okay, gut. Dann müssen wir jetzt weiter nach Norden, hatten wir gesagt. Genau, da gehen wir jetzt hin. Ähm, da. Holen wir jetzt unser Ferdi raus. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. In dieser Zeit sind wir mehr auf dem Wasser gewesen oder zu Fuß unterwegs als mit Plöbos. Und ja, da müssen wir es jetzt einfach mal wieder nutzen. Hier sieht es echt schön aus, hier mit dem Wasser so. Hier haben sie es sich schön gemacht, die Delianer, wie die heißen. Aber, wie kommen wir jetzt da rüber? Okay, einfach mal hier lang. Das geht auf jeden Fall. Kommen wir auch wieder hoch. Ja, okay. Ob wir jetzt wirklich so viel Zeit sparen mit der ganzen Aktion und mit dem Pferd und hier, weiß ich nicht. Aber wir können wenigstens mal ein bisschen die Gegend erforschen. Ist da irgendwas im Wasser? Ja. Da ist was im Wasser. Zählt das hier zufällig auch als ein Gebiet zum Abschließen? Nö. Dann ist auch scheißegal. Dann ist auch egal, was da unten im Wasser ist. Wenn jetzt irgendwas Gutes ist, dann müsst ihr mir das schreiben. Aber, ähm, ja. Wer fehlt es einfach aus? Hm. Ist da hier? Ist das hier schon irgendwas? Oder wie? Oder wie? Oder was? Ist das hier so ein riesengroßes Gebiet? Oder wie? Verlichte die Athen und Kriegsvorräte? Bla, bla, bla. Ja, okay. Also hier ist was zum Abschließen. Aber erstmal gucken, ob wir alle, alle Gegner finden. Boah, hier ist echt viel hier. Was ist das nochmal? Ist das dann? Ach, Ostrakon-Rätsel. Noch, noch eins. Okay. Nur gut, so schwer waren die jetzt. Hä, sind also echt nur so wenig Gegner drin? In dem Lager? Ist das ja lächerlich. So, dann müssen wir uns jetzt einmal buffen. Und dann müssen wir den hier ermördern. Mit einem kritischen Attentat. Gut. Hat der mich jetzt schon gesehen? Hier. Ist ein Trottel. Auch ein kritischer Attentat. Boah, war das leicht? Sind das Idioten gewesen? So, jetzt können wir einfach verketten. Und weiter verketten. Oh, den töten wir damit noch nicht mehr. Aber egal. Oder doch, Hammer. Gut. Der stirbt aber langsam. Gut. Alles klar. Das war leicht. Wir nehmen alles mit. Und dann verbrennen wir alles. Und dann nehmen wir auch noch den Schatz. Wow, jetzt geht es hier aber richtig ab. Wir haben eine Kettenreaktion ausgelöst. Ja, oh, Ausrüstung müssten wir auch mal wieder gucken. Bevor alles anfangen, bevor alles anfängt zu brennen. Also, eine gewichtige Entdeckung. Suche den Tempel der Kettenreaktion. Am Geburtsort des Apollon. Okay. Keine Ahnung, wo das sein soll. Geburts... Achso, hier ist das Geburtsort der Apollon. Großtempel des Apollon. Äh. Großtempel. Das wird der hier sein, oder? Der Großtempel. Okay, da werden wir dann irgendwann mal hingehen. Denke ich. So schwer scheint das nicht zu sein, diese Quest. Hier ist das Schwert drin. Ups. Aha, verklickt. Keine Arme, keine Kekse. So, kehre zu Kure zurück. Ist die auf der anderen Insel, oder ist die jetzt zufällig auch hierhin teleportiert? Ne, die ist auf der anderen Insel noch. Okay, gut. Dann können wir jetzt das hier als nächstes Quest anvisieren. Aber wir gucken jetzt mal hier, was es hier für krasse Höhlen sind. Das will ich mir jetzt mal wissen, ob man hier in jede einzelne Mine rein kann, oder nicht. Und das, was das zählt, Grab von Brizio. Achso, das ist nur ganz klein. Also, das ist sehr cool. War einfach. War das das hier? Das scheint größer zu sein. Antike Stähle. Uh, hier ist ein Dungeon. Ja, das ist ein Dungeon. Den werden wir dann auch machen, denke ich. Ähm. Und was ist das da hinten noch für eine Mine? Hier habe ich noch irgendwo einen Eingang gesehen. Da hinten, genau. Das gucken wir jetzt auch noch schnell an. Was das hier ist. Oh, was zum Looten. Okay, gut. Wartet mal. Das Ding von Brizio. Grab von Brizio. Okay, antike Stähle. Ja gut, dann haben wir auf jeden Fall was zu tun. Weil diese Mini-Dungeons, wenn wir sie finden, nehmen wir auf jeden Fall mit. Weil die geben schließlich einen Fertigkeitenpunkt. Und davon kann man nicht genug haben. Jetzt müssen wir nur gucken, ob wir den schon entdecken können. Natürlich nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, Ikaros kann einfach noch nicht weit genug gucken. Um immer alles zu finden, was wir wollen. Okay, Schätze haben wir schon mal gefunden. Aber die antike Stähle wäre halt noch gut. Da ist er. Jetzt haben wir sie. Alles klar. Gut. Dann gehen wir mal rein. Machen die Funzel an. Und dann werden wir mal gucken, wie wir hier in diesen Dungeon reinkommen. Gut, der Eingang ist jetzt nicht so schwer zu finden. Jetzt ist hier bestimmt wieder alles voller Schlangen. Aber die sind ja eigentlich kein Problem. Wir haben auch noch nie was anderes außer Schlangen. Das machen wir mal an. Wir haben noch nie was anderes außer Schlangen in diesen Dingern hier gesehen. Gucken, ob ich das richtige Set drin habe. Ja. So wird mir dann wenigstens nämlich auch, wenn ich den Leonidas Speer... Oh, tja. Das müssen wir wieder am Ende zur Seite schieben. Das können wir von dieser Seite aus nicht. Das machen wir mal an. Wir haben noch nie was anderes außer Schlangen gesehen. Und mit dem Leonidas Speer werden die mir halt ja immer so angezeigt. Dann ist das absolut kein Problem. Zu töten. Immer auch die Wände durchsuchen. Das ist die nächste Schlange. Ja, so ist das echt easy. Da ist noch eine Schlange. Ah, die ist dahinter versteckt. Hinter den... Ach nee, da ist er. So. Haben wir jetzt hier mehrere Richtungen, in die wir gehen können? Was ist dahinter? Nix. Okay, gut. Dann müssen wir nach da weiter. Alles durchsuchen. Durchsuchen. Okay. Ähm, da geht's nicht weiter. Dann müssen wir hier durch. Okay. Zum Glück sind die Schlangen nie direkt dahinter. Das wäre fies, wenn da direkt mal so... ...ultimativ... ...viele Schlangen hinter wären. So, gehen wir jetzt lang. Okay, also der Dungeon scheint ein bisschen größer zu sein. Können wir hier irgendwie eine Markierung machen? Genau. Hier können wir die Markierung machen. Dass wir hier schon mal waren. Dann gehen wir zuerst nach links. Weiter hier. Da finden wir dann nämlich... Oh ja, oh. Genau das meinte ich. Mit... Ups, na, jetzt habe ich aus wie den R gedrückt, ich Idiot. Oh, jetzt habe ich diesen blöden Höchstleistungsangriff, der mir voll auf den Sack geht, gemacht, aus Versehen. Und dadurch... ...mein ganzes Adrenalin alle geballert. Herber sollte hier nicht irgendwie der... Ach, da unten. Da sehe ich aber auch Schlangen. So. Okay. Gucken, ob da noch welche sind. Ja, da. Ah, dieser Leonidas Speer, der ist echt... Der ist echt OP. Da habe ich noch eine gesehen, ja. Ups. Dass man alle Gegner angezeigt kriegt, das ist cool. Jetzt sind wir jetzt runter. Nein, runter. Okay. Jetzt brauchen wir Licht. Gibt es denn hier kein Licht? Ah, das können wir verschieben. Okay, will ich jetzt aber gerade gar nicht. Ich will erstmal in Ruhe alles einsammeln und mir einen Überblick verschaffen über die ganze Situation hier. So, 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 so. Okay, also hier scheint ein bisschen mehr zu sein an Sachen, die man machen kann und muss. Warum können wir das hier verschieben? Gucken, was ist, wenn wir das verschieben? Bringt das irgendwas? Achso, das können wir verschieben, um da wieder hochzukommen. Darum ist das da. Okay, dann können wir es da ja auch eigentlich lassen. So, oder? Dann könnten wir da bestimmt wieder... Oh, nee, da kann man nicht hochklettern, oder was? Doch, sie kann da hochklettern. Aber weiter geht sie trotzdem nicht. Dann bringt das vielleicht doch nichts. Ja, gehen wir erstmal nach da. Hier ist nämlich noch der zweite. Der zweite Schatz. Hier waren wir auch noch nicht. Mann, der Dungeon ist echt ein bisschen größer und ich mache das gerade nicht... ...nicht wirklich gut mit Systemen. Wir sind überall Sachen, wo Stachelfallen rauskommen. Oh, das war ein krasser Schatz. So. So. Alles mitnehmen. Okay, ja, das haben wir geschafft. Was ist, wenn wir jetzt nach da oben gehen? Ich muss das ein bisschen mehr mit System machen. Und gerade wenn diese Dungeons so groß werden, wie jetzt gerade hier... ...dann ist, glaube ich, ohne System rumrennen echt blöd. Und vor allem ist die Stähle ja unten. Ach so, ah, hier könnten... Das ist der Ausgang sozusagen. Hier können wir das nämlich zur Seite schieben. Und dann können wir am Ende wieder raus, denke ich mal. Dass das hier der Ausgang ist, wenn wir es geschafft haben. Okay, gut. Merken wir uns mal und machen Licht an. Okay, gut. Das heißt, wir können jetzt zurück und suchen wir weiter die Stähle. Kann ja nicht so schwierig sein, die zu finden. So, hier waren wir definitiv schon. Da waren wir drin, genau. Dann gehen wir jetzt mal hier weiter. Hier war der andere Weg. Warum, warum kann man hier... Wieso kann man hier... ...was verschieben? Können wir da durch? Das wollte ich eigentlich nicht. Warum ist das hier verschiebbar, dieses Ding? Das können wir vor die Tür schieben. Aber warum? Hm, keine Ahnung. Und vor allem, wie kommen diese Schlangen überall hier rein? Hier haben wir auf jeden Fall die Stähle gefunden. Also, so schwierig war das nicht. Aber holen wir uns den Fertigkeitenpunkt. Wieder so ein Isu-Artefakt oder so eine Isu-Stähle. Haben wir uns geschnappt. Sehr gut. Dann können wir jetzt hier auch raus. Wo der Ausgang ist, wissen wir ja. Eigentlich theoretisch wird es noch ein Gang. Ich glaube, von wo wir gekommen sind. Von oben irgendwo. Da gab es noch einen Gang. Aber da wir alle Schätze gefunden haben. Und auch die antike Stähle. Muss ich da jetzt nicht noch extra... ...das noch extra suchen. Weil wir haben ja eigentlich alles gefunden, was... ...was hier versteckt war. Es sei denn, hier ist natürlich noch irgendwo ein Schatz. An dem dritten Ort. Aber wo ich das eigentlich... Das würde mich schon interessieren. Was war dieser dritte Gang? Das gucke ich jetzt nochmal. Sorry, Leute. Aber da spricht der Completionist aus mir. Es war doch hier noch ein... Noch ein Gang. Irgendwo. Nee, das war nicht hier. Hier war das auch nicht. Das war dann im Nebenraum. Aber im Nebenraum dann nicht... ...nicht nach unten gehen. Sondern hier weiter. Genau, hier weiter lang war das, glaube ich. Was ist hier dann noch? Mal sehen. Auf was wir hier noch treffen. Ach gut, eine Sackgasse. Aber eine Sackgasse voller Loot. Wären wir da lieber mal zuerst hingegangen. Aber gut, egal. Wir haben es auf jeden Fall gefunden. Das war das, was ich noch wissen wollte. Jetzt kommen wir wieder auch zurück. Ich weiß, es ist ganz schön, ganz schön weiter Weg jetzt. Da ging es dann runter, genau. Ja, das kann man halt, wenn man einen Dungeon nicht kennt, kann man nicht vorher wissen, ob nicht vielleicht hinter der nächsten Ecke direkt eine Sackgasse ist und man die einfach nur schnell holen könnte. Und dann den anderen Weg, den man ursprünglich vorhatte, weitergeht. Und jetzt haben wir uns halt genau falsch entschieden gehabt. Aber das ist, denke ich, nicht so schlimm. War es die richtige Richtung? Ja, ich glaube schon. Dann können wir hier auch jetzt wieder raus. Genau. Gut, das war dieser Dungeon. Eigentlich ganz easy. Können wir hier noch ein paar Sachen mitnehmen. Oh, okay. Okay, okay. Ich habe hier gerade einfach wieder irgendein Quest-Item für Kyra gefunden. Äh, keine Ahnung, was das soll. Aber gut, warum nicht, ne? Wollen wir jetzt jetzt diesen Aussichtspunkt. Und dann gehen wir zu den Bären. Ja, gut. Jetzt schmeißen wir einfach mal weg, so. Damit das nicht nervt. Welche Waffe haben wir jetzt gerade drin? Dolche. Gut. Oder hätte ich was einsammeln können, aber egal. Also ich kann immer noch einen Fertigkeitenpunkt verteilen, sehe ich gerade. Äh, ja weiter. Die Ausrüstung verbessern, so. Jetzt haben wir die Ausrüstung sogar. Also defensiv haben wir jetzt auch einfach passiv noch irgendwas bekommen. Und jetzt wird es langsam. Jetzt gehen uns langsam die guten Skills aus, die wir wirklich wollen. Ähm, das heißt, alle weiteren Fertigkeitenpunkte gehen jetzt dann so mehr oder weniger ins Nichts oder irgendwelche Skills, die ich einfach nur nehme, weil ich es unbedingt muss oder so. Ähm, das heißt, wir müssen jetzt langsam dann mal den, ähm, den Speer Stufe 5 in Angriff nehmen. Einfach damit wir dann auch die Skills, die wir eigentlich benutzen, dass wir die dann auch auf das höchste Level upgraden können. So, da unten ist der Bär. Hoffentlich zählt der nicht als so so ein legendäres Tier, äh, wie von den Artemis-Schwestern. Äh, Töchtern. Aber die Insel sieht echt schön aus, vor allem mit dieser blauen Lagune da in der Mitte, wo ein Schatz drin ist. So, jetzt gehen wir da mal runter. Archegesion von Delos. Ja, toll. Du bist in der Nähe deines Ziels. Ja, da unten ist der Bär, ich weiß. Gehen wir mal runter. Welches Set haben wir drin? Das Set, okay. Dann gucken wir mal, ob wir direkt den Bären irgendeine fette Attacke reinknallen können. Oder ob das auch so zählt, wie, ähm, wie diese anderen legendären Viecher, äh, die sofort den Kampf anfangen, wenn man in die Nähe kommt. Gut, was hier scheint, aber, mal sehen, ich muss in die Nähe und sobald ich spamme eins, 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 eins. Hä? Ich bin doch jetzt, jetzt. Eins. Hallo. Mach es. Erlege den Bären. Hä? Lege ich gerade aus dem Spiel raus, oder? Schleichangriff. Hä? Wieso konnte ich... Ich check's gerade überhaupt nicht. Wieso konnte ich jetzt gerade einen Schleichangriff auf diesen Bären machen? Äh, das geht normalerweise bei Tieren, geht das überhaupt nicht. Und komischerweise, der Einsasskill, der Leonidasperr, ging nicht. Okay, der hört ein bisschen mehr aus, aber nicht genug. Also, ja, keine Ahnung, was das sollte, aber... Das hätte ich aber mal interessant gefunden. Vielleicht, weil der Bär saß? Weil der, vielleicht, weil er saß, so wie so eine Art Mensch gezählt hat, oder sowas? Kann das sein? Keine Ahnung. Aber das wäre mal interessant gewesen, zu wissen, wie ein Schleichangriff auf einen sitzenden Bären geht. Und vor allem, wie viel Schaden das gemacht hätte. Aber der scheint nicht ganz so stark zu sein, wie die anderen Tiere. Und er scheint auch nur als normales Alpha-Tier zu zählen. Okay, der ist aber echt nicht schwer. Auch wenn wir immer ewig brauchen für solche Kämpfe. Okay. Untersuche das Gebiet um das Schiffswrack. Warum? Warum soll ich das Gebiet um das Schiffswrack jetzt untersuchen? War nicht einfach nur die Aufgabe... ...den Bären zu erledigen? Check ich gerade nicht. Machen wir auch gleich. Aber erstmal looten wir alles. Gehen auch nochmal in die Höhle da hinten rein. Gucken, was wir da haben. Ist das überhaupt eine richtige Höhle? Ja, eine kleine. Können wir noch Sachen mitnehmen? Nehmen wir natürlich auch. Drachmen. Hier haben wir irgendwas Lilanes. Absidianglas und kostbare Edelsteinsolie. Gut, dann untersuchen wir einfach mal das Wrack. Quatschen wir das Gebiet um das Wrack. Warum auch immer wir das machen müssen. Aber ist ja eigentlich Wumpe. Wieder ein richtiges Set reinnehmen. Genau. Oh Mann, ich hätte echt gerne gewusst, wie der... Ich hätte echt gerne gewusst, wie ein Schleichangriff auf diesen sitzenden Bären gegangen wäre. Wie das ausgesehen hätte. Oder ob es dann wieder einfach nur rumgebackt hätte oder sowas. Eine Leiche. Die Eingeweide wurden herausgerissen. Ein Fest für die Krähen. Ein blutiger Handabdruck. Noch ziemlich frisch. Okay. Ein blutiger Handabdruck. Ja, noch ziemlich frisch. Das kann natürlich diese... Diese eine Frau sein. Äh, von der wir die Quest überhaupt erst bekommen haben, oder nicht? Ein Schiffswrack. Das könnte erklären, wie der Bär nach Delos kam. Ah, der war Fracht. Hier steht, der Bär kommt aus Arkadien. Die Frau hat die Bestie eingeschmuggelt. Aber warum? Hier gibt's nichts mehr zu finden. Ich sollte zurück zu der Frau. Okay, gut. Dann haben wir also hier alles fertig im Norden. Ja, ja, ja. Boah, wir haben sogar echt viel abgequestet hier. Dann porten wir uns einfach mal zurück. Zum Glück sind wir auch dadurch, dass wir zu dem Schiffswrack gegangen sind. Außerhalb des Gebietes von der Bärenhöhle gewesen. Weil dann wären wir ja wieder im Kampfgebiet gewesen. Und dann hätten wir wieder nicht teleporten können. Und, ähm... Ja, so haben wir das wenigstens... Konnten wir direkt raus. Dann gucken wir mal, was die Frau sagt. Also, die ist eine Schmugglerin und die wollte das Tier, ähm, auf die Insel bringen. Ist dann wahrscheinlich gecrasht mit ihrem Schiff. Dann ist der Bär freigekommen dadurch. Und, ähm, sie wurde verletzt. Und jetzt hat sie sich versteckt. Und... Weiß nicht... Oh, Bronze... Warte mal, Bronze-Statue. Machen wir mal so. Ist hier was zum Entdecken? Nee, ist das vielleicht gar nicht. Oder sind wir hier nicht bei diesem Tempel? Doch, wir sind bei dem Tempel. Ich muss euch nochmal schnell gucken, wie das Rätsel war. Ähm... Suche den Tempel der Delia am Geburtstag des Apollon. Hinter einer Bronze-Statue gibt es einen geheimen Gang, der in ein unterirdisches Grab führt. Nee, okay, hier ist zwar eine Bronze-Statue. Ist hier auch ein geheimer Gang. Das ist vielleicht ein geheimer Gang, oder? Nee, das wird kein geheimer Gang sein. Oder? Nein. Okay, hier sind überall Bronze-Statuen. Das wäre jetzt echt Zufall gewesen, wenn es ausgerechnet die Statue gewesen wäre, die wir gerade gefunden haben. Und vielleicht ist das auch gar nicht der Tempel der Delia. Weil das hier ist der Tempel des Apollon. Vielleicht ist das ein Unterschied, ich weiß es nicht. Geben wir erstmal weiter ab. Am Geburtsort des Apollon. Ich weiß nicht, wo Apollon geboren ist. Aber doch, die haben ja gesagt, der Geburtsort der Apollon ist Delos. Hat ähm... Ähm... Wie heißt er nochmal? Barnabas hat gesagt, dass in Delos, ähm... Artemis und Apollon, glaube ich, oder so. Oder Athena und Apollon? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, dass die hier geboren sind, auf der Insel. Aber wo genau jetzt der Geburtsort ist, weiß ich natürlich auch nicht. Mal gucken. Du lebst ja noch. Und das Monster? Der Bär ist tot und du schuldest mir die Bezahlung. Doch reden wir erst über dich. Aus Arkadien. Richtig? Ja. Der Bär wurde aus Arkadien hergeschmuggelt. Ich habe ein Frachtverzeichnis deines Schiffes gefunden und deinen blutigen Handabdruck. Rede! Schon gut, schon gut. Wir schmuggelten den Bär für einen Mann namens Sargon. Poseidon hatte andere Pläne. Ein Sturm ließ uns hier stranden und die Bestie brach aus. Sie griff sofort die Mannschaft an. Das erklärt die Leichen. Sie waren meine Familie. Sargon, ist das nicht der Typ, ist das nicht dieser Eurechalkos-Händler? Weißt du, die Delia zahlen sicher ein Kopfgeld für die Person, die diesen Fluch auf ihre heilige Insel brachte. Das würdest du? Ich würde. Bezahl mich und vielleicht stirbt dein Geheimnis mit diesen Bären. Abscheuliche Saldnerin! Meine Familie ist tot und du willst noch mehr Drachmen? Jawohl! Ich werde verletzt sein, doch ich kann dich immer noch töten! Müssen wir jetzt echt kämpfen? Wow. Nur weil ich unbedingt Drachmen wollte. Aber gut. Jetzt wollen wir jetzt wenigstens die Drachmen doch noch bekommen und die Quest abgeschlossen. Gut. Und wir haben sogar kein Kopfgeld. Oh, mein Magen knurrt. Ich muss echt langsam mal was essen. Aber gut. So, was haben wir jetzt noch? Eigentlich haben wir hier nicht mehr so viel. Vielleicht ist eins von diesen Fragezeichen hier unten der Tempel der Delia. Aber hier steht ja eigentlich Großtempel des Apollons. Könnte schon das sein. Weil alles andere, was wir bisher hatten, ist das nicht. Aber vielleicht heißt auch das Gebiet, wo wir hin müssen. Obwohl, da steht Geburtsort des Apollons. Das ist ja nur dieses mittlere Gebiet hier. Also das hier. Das heißt der Geburtsort des Apollons. Und hier gibt es nur einen Tempel. Und das ist der Großtempel der Apollon. Weiß ich nicht. Aber wir werden uns jetzt dann als nächstes erstmal nach Süden kämpfen. Und wenn wir die Quest fertig haben, dann werden wir nochmal versuchen, das Rätsel zu machen. Aber erstmal müssen wir da hinten in die Richtung von dieser Quest. Sonst hätte ich jetzt gesagt, es ist vielleicht eins der anderen Herz-Fragezeichen-Symbole, die noch über sind. Allerdings wäre das ja dann ein anderes Gebiet. Und da steht ja eindeutig, dass es Geburtsort des Apollon ist. Und die Gebiete hier unten heißen ja anders. Das ist keine Bronze-Statue. Tempel der Hera. Okay. Auch wieder was anderes. Das wäre schon echt lange kein Kopfgeldjäger mehr hinter uns herkönnt sein. Aber ich glaube, wir haben auch gar kein Kopfgeld mehr mittlerweile. Oh, da kämpfen gerade welche Banditen gegen Athena, glaube ich, oder? Was ist da hinten los? Die Silve. Die Calais. Okay. Gut. Hier wurde auf jeden Fall gerade ein Athena-Schiff versenkt. Da irgendwo. Ah ja, da ist ein Lager. Du wolltest dich auf Delos verstecken. Hab ich dich, du Feigling. Okay, ein legendärer Typ. Ey, guck mal. Wenn wir den anheuern würden, also, dann würde der echt viel von unserem Schiff verbessern. Und, äh, der zählt sogar als legendärer Bootstyp. Und der ist sogar nur Level 17. Ja, aber... Gut. Vielleicht müssen wir gar nicht mit dem kämpfen. Naja, egal. So, ähm... Genau, ich wollte noch einmal schnell ins Inventar gucken. Denn wir werden heute eh nicht mehr in dieses Gebiet da gehen und das zerquesten. Weil wir eigentlich jetzt schon über der Zeit sind. Darum werde ich jetzt nochmal schnell mein Inventar säubern. Ich versuche so wenig wie möglich Offscreen zu machen. Ich könnte natürlich, nach jeder Folge könnte ich natürlich... Ach du Gott. Nach jeder Folge könnte ich natürlich einfach immer mein Inventar durchgucken. Und einfach alles, alles zerlegen und sauber machen. Aber ich will, wie gesagt, so wenig wie möglich Offscreen machen. Dass ihr wirklich alles mitkriegt, was ich wann wie mache. Damit ihr selber auch immer wisst, wann... Oh. Ein ziemlich gutes Schwert. Was haben wir nochmal für ein anderes Schwert hier drin? Okay. Dolce gefallen mir eigentlich schon echt gut. Was macht das nochmal? Plus viel für alle Schäden. Und das erhöht echt krass unseren Attentatsschaden. Wenn wir das reinnehmen. Machen wir mal. So. Und dann zerlegen wir das hier. Aber Dolce will ich trotzdem haben. Ich will das zweite Waffenset eigentlich nur für Stats haben. Damit uns das ein paar Stats gibt. Weil es scheint ja trotzdem zu zählen. Oh nein. Oh. Da war ein Bogen. Da hätte mehr Attentatsschaden gegeben. Scheiße. Da habe ich gerade zerlegt. Wieder nicht aufgepasst. Aber egal. Nicht so schlimm. So. Und Inventar. Oder haben wir ohne Ende Briefe. Keine Ahnung was das alles ist. Aber gut. Dann. Würde ich sagen. Werden wir dann als nächstes hier irgendwo. Genau diese Quest. Den Sand rot färden. Das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Ich sage jetzt hier erstmal Tschüss. Und wir sehen uns die Tage wieder. Ciao Leute.